Du hörst den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und heute sprechen wir über die sieben Fehler, die Gründer oft zu spät erkennen und natürlich, wie du sie vermeidest. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's auch schon los hier. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Für mich gibt es beruflich gesehen nichts Schöneres, als Unternehmen zu gründen. Ich erinnere mich ganz genau noch, wie das damals war, 2007. Ich habe meine erste GmbH gegründet. Es war die erste Agentur für digitale Markenführung und es war so ein unfassbar krasser Shift für mich, auf der einen Seite, also den Tag vorher im Angestelltenverhältnis zu sein und einen Tag später im eigenen Büro zu sitzen und zu sagen, hey, niemand sagt mir jetzt, was ich zu tun habe. Es war die Geburtsstunde meines inneren Rebellen, der endlich raus durfte und das machen konnte, was er denn gerne machen wollte. Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht erinnerst du dich noch an diesen Moment oder vielleicht steckst du gerade in diesem Moment und diese Emotion, diese intuitive Kompetenz, das ist schon der erste Punkt, den ich hier mit reinbringen möchte in diesem Podcast, nämlich das fehlende Vertrauen auf das eigene Bauchgefühl. Ich nenne das intuitive Kompetenz deshalb, weil wir damit ausgestattet sind, jeder von uns, das ist also nicht, was irgendwie eine besondere Fähigkeit ist, sondern jeder von uns hat so eine innere Alarmanlage, die anspringt, wenn irgendwas nicht stimmt. Und als Unternehmer, Unternehmerinnen sind wir natürlich die ganze Zeit in irgendwelchen Entscheidungsfindungen involviert. Es kann ziemlich anstrengend sein, wenn du am Ende des Tages irgendwie mal durchgezählt hast und gesagt hast, okay, heute habe ich 82 Entscheidungen getroffen, jetzt bin ich müde, jetzt möchte ich nicht mehr entscheiden, was ich heute Abend esse. Und genau das ist der Punkt, diese ganzen Entscheidungen brauchen unsere intuitive Kompetenz und wir setzen diese intuitive Kompetenz privat total natürlich und auch intuitiv ein, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wenn wir eine Beziehung eingehen wollen, ob das jetzt eine freundschaftliche Beziehung oder eine Liebesbeziehung ist, wir spüren erstmal so in uns rein. Wir reflektieren und sagen, okay, wie fühlt sich das gerade für mich an? Vielleicht machen wir es nicht so bewusst, vielleicht ist es eher so ein unbewusster Akt, aber ich würde empfehlen oder einfach so ein Tipp von mir, mal ganz bewusst gerade im Business auch diese intuitive Kompetenz einzusetzen, mal aufs Bauchgefühl hören, mal die Reflexion zu gehen, die Meditation zu gehen, einfach mal fünf Minuten off sein und darüber nachzudenken und zu sagen, wie fühlt sich gerade dieser Vertrag an? Wie fühlt sich gerade meine Zielgruppe an? Wie fühlt sich meine Positionierung an? Wie fühlt sich die Arbeitsweise in meinem Unternehmen an? Wie fühlt sich meine technologische Infrastruktur an? Und dann wirst du ganz viele Antworten bekommen, nämlich von dir selbst, so aus deinem Inneren. Das muss vielleicht noch nicht so konkret und nicht so benennbar, aber es sind auf jeden Fall Impulse, denen du nachgehen solltest. Und ich halte ehrlich gesagt nichts davon, wenn die ganze Ration deinem Kopf sagt, mach es und dein Bauchgefühl die ganze Zeit sagt, lass es. Ich würde es im Zweifel eher lassen. Es ist so ein bisschen auch eine Typfrage. Wenn du natürlich eher so, sagen wir mal, sehr oft depressiv verstimmt bist oder von Haus aus vielleicht jemand bist, der eher so skeptisch ist oder nicht so schnell Vertrauen aufbauen kann, dann muss man natürlich auch so ein bisschen trainieren, sich immer mehr zu vertrauen und auch das Gute in der Welt und den Menschen zu sehen. Ja, sonst lehnst du am Ende alles ab und dann kommst du auch nicht weiter. Aber wichtig, sich bewusst zu machen, dass jeder von uns diese Kompetenz hat und dass das ein wichtiger Teil im Unternehmer-Dasein sein sollte. Bei mir war es zum Beispiel damals so, ich habe mich damals irgendwann entschieden für einen Investor und das war keine gute Entscheidung. Und ich hatte aber dieses, kennst du vielleicht auch, wo du dann so sagst im Nachhinein, krass, ich hatte damals schon so einen Bauchschmerz. Irgendwas hat nicht gestimmt. Und ich habe es dann letztendlich trotzdem gemacht, weil die ganze Ratio gesagt hat, hey, unbedingt, Investor, wie großartig ist das denn? Aber mein Bauchgefühl war so unzufrieden. Und später hat sich das genau als Wahrheit herausgestellt. Ich hatte Recht. Ich hatte Recht mit meiner intuitiven Kompetenz. Mein Bauchgefühl hat mich gewarnt. Und das möchte ich dir so mit auf den Weg geben, so als erster zu du, da mal wieder reinzuspüren und mal reinzuschauen und zu sagen, okay, wo ist das Gefühl eigentlich gerade? Wann hast du das zuletzt befragt? Punkt zwei, nicht die richtigen Mitarbeiter einzustellen. Das ist eines, der hätte ich fast auf Platz einsetzen müssen, wenn nicht die intuitive Kompetenz vorbeigekommen wäre. Also die richtigen Mitarbeiter einzustellen ist das A und O. Das Team, was dich umgibt, ist gleichzeitig das Umfeld, in dem du erfolgreich wachsen wirst. Und wenn das Umfeld nicht funktioniert, wenn dein Team nicht funktioniert, weil du nicht die richtigen Leute eingestellt hast. Es gibt verschiedene Gründe. Mein Fehler damals zum Beispiel war, ich hatte nicht genug Geld, um viele Leute einzustellen. Also habe ich eher Leute eingestellt, wo ich gesagt habe, okay, es ist eher ein Kompromiss. Die waren alle nett und es war alles cool, aber es war eher so ein Kompromiss, weil die Arbeit erledigt werden sollte. Ich hätte aber den besseren Weg nehmen müssen, um zu sagen, okay, ich nehme lieber einen A-Player anstatt fünf B-Player. Also das ist ein ganz wichtiges Momentum. Denn am Ende liegt es nicht allein an dir, das Unternehmen erfolgreich zu machen, sondern es ist am Ende auch eine Teamleistung. Und das ist interessant, wenn du ein paar Biografien liest zum Beispiel, erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen, dann stellst du fest, das ist niemals eine Einzelleistung. Es ist immer eine Teamleistung. Es ist immer eine Teamleistung. Das heißt, überlege dir ganz genau, mit wem du dich umgibst und wie sehr du bereit bist zu investieren. Als ich dann kapiert habe, dass es einfach die falschen Leute waren, habe ich die richtigen Leute eingestellt und die haben mehr verdient als ich. Das war in der Gründungsphase einfach so. Aber ich wusste ganz genau, das ist das richtige Invest. Das richtige Invest in die Leute, die zum Beispiel proaktiv vorausschauen, unternehmerisch denken und handelnd sich meinem Unternehmern verschreiben und sagen, hey, ich bin Teil der Company. Ich fühle mich als Teil der Familie. Wer sagt das schon? Es gibt Mitarbeiter, die sagen, es ist mir völlig wurscht und wenn der Laden morgen untergeht, ist es mir doch egal. Hauptsache ich habe meine Lohntüte, wenn es das so oft noch gibt. Das heißt, du musst Leute finden, die du anstecken kannst von deiner Vision und die das mittransportieren. Die sich auf die Brust tätowieren lassen oder so. Also du verstehst, was ich meine. Diese Leidenschaft, dieses Anstecken, hey, das ist eine coole Idee, an der wir arbeiten. Und ich will alles geben, damit das erfolgreich wird. Das ist so immens wichtig. Es ist so immens wichtig. Im Übrigen, wenn du mit Investoren zu tun hast, sind zwei Dinge maßgeblich. Einmal die Geschäftsidee. Also wie interessant ist das Geschäftsmodell, beziehungsweise wie ertragreich ist das Geschäftsmodell. Und auf der anderen Seite wäre es das Team. Also wenn du da ein Team aufgebaut hast, was nicht aus Kompetenzträgern besteht, um langfristig das Ziel zu erreichen oder langfristig das Unternehmen profitabel zu machen, dann ist das für einen Investor von Haus aus erstmal uninteressant. Weil der Investor bringt ja nicht Personal mit, sondern das bringst ja du mit. Das heißt, überleg dir ganz genau, mit wem du das machst. Und auch hier wieder, und das ist gekoppelt auch so mit diesem Bauchgefühl. Es ist ja wieder eine zwischenmenschliche Beziehung. Da darfst du dein Bauchgefühl ja bitte auch einsetzen und dich intuitiv auch für die richtigen Leute entscheiden. Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt unser neues Mentoring vorstellen. Wenn ich an Startups denke, dann erinnert mich das jedes Mal voller Begeisterung an meine Gründerzeit. Eine Zeit mit sehr vielen Ups und Downs und immer das Ziel fest im Blick, das eigene Unternehmen erfolgreich in den Markt zu bringen. Damals hätte ich mir natürlich die heutigen Erkenntnisse und das Netzwerk gewünscht, um den ein oder anderen Stolperstein oder Umweg auslassen zu können. Ich möchte mit dir gern genau diese Abkürzungen teilen, die ich damals nicht hatte und die ich über viele Jahre selbst herausfinden musste. Genau dafür habe ich das 1 zu 1 Startup Mentoring, Startup Your Growth entwickelt, in dem ich dir zeigen kann, wie du erfolgreich gründest und dein Unternehmen auch nach der Gründung zukunftssicher in den Markt etablierst. Das Besondere an diesem Mentoring ist, dass ich deinem Bedarf entsprechend zusätzliche Mentoren, zum Beispiel Finanz- und Steuerexperten, Anwälte oder Investoren aus dem Genius Alliance Netzwerk hinzuziehen kann, um mit dir den optimalen Weg für dein Vorhaben zu finden. Wenn sich das interessant für dich anfühlt, dann sollten wir uns unbedingt darüber in einem unverbindlichen Strategie-Call austauschen. Du weißt, dass der erste Schritt in die richtige Richtung immer am schwierigsten ist, deshalb unterbrich jetzt kurz diesen Podcast und buche gleich deinen Termin oder den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge oder besuche uns im Internet auf www.genius-alliance.com. Es zeigt sich dann in der Krise, ob es die richtigen sind. Das ist das Interessante dabei. Also wenn alles wunderbar funktioniert und der Umsatz stöhnt, stabil steigt und so weiter, dann sind sie alle mit an Bord. Aber in der Krise zeigt sich, wer dann wirklich zu dir hält, zum Unternehmen hält und sich trotzdem verausgabt und sagt, hey, wir kriegen die Kurve wieder. Und diese Ups und Downs hast du einfach in den Unternehmensphasen. Und by the way, das ist nicht nur eine Gründer-Problematik, sondern auch wenn dein Unternehmen später läuft, hast du verändernde Marktsituationen, auf die du reagieren musst. Und dann kann es passieren, dass du komplett dein Geschäftsmodell drehen musst und schon wieder ein Gründer bist. Also ich betrachte mich, wenn ich heute eine Firma gründe, dann bin ich auch ein Startup wieder. Also ich fühle mich dann so. Du hast zwar die Erfahrung natürlich, weil ich jetzt auch schon ein paar Firmen aufgebaut habe, aber ich glaube, das hat auch viel was mit Demut zu tun, wieder so zurück in diesen State zu gehen und zu sagen, so und ab jetzt bin ich Gründer. Als ich damals die Firmen umgebaut habe, was dann später Genius Alliance wurde, wurde ich mit Genius Alliance einfach wieder ein Startup. Und das ist wichtig, glaube ich, einfach so auch für die innere Haltung, sich bewusst zu machen und zu sagen, ich arbeite hier an etwas völlig Neuem. Das ist ein völlig neues Konzept. Ich bringe meine Kompetenzen, meine Erfahrungen ein, aber das ist ein völlig neues Konzept. Also nehme ich diesen Gründerstatus wieder ein und das mit allen Würden und Ehren. Okay, also Mitarbeiter, ein super wichtiges Thema. Dann verlockende Angebote blind anzunehmen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es wird dir in deiner Karriere als Gründer, Gründerin, Unternehmer, Unternehmerin immer wieder passieren, dass du verlockende Angebote bekommst. Das können Angebote von Investoren sein, das können Angebote von Kooperationspartnern sein oder Angebote auch von Kunden, also irgendein Special Deal. Und diese verlockenden Angebote blind anzunehmen, weil es gerade passt oder du gerade in einer Notlage vielleicht bist und sagst, ich brauche eigentlich Umsatz. Und jetzt nehme ich das irgendwie an oder jetzt nehme ich diesen Kunden an, mach dir bewusst, dass es eine gewisse Sogwirkung an diesen verlockenden Angeboten gibt, die dich nach unten ziehen. Es ist wie so ein Strudel. Am Anfang denkst du, okay, cool, ganz oben bei dem Strudel, wo die Kreise noch schön groß sind, merkst du es vielleicht noch nicht so. Aber es wird zunehmend mehr und mehr nach unten gezogen und es wird immer in einer Beschleunigung stattfinden. Und es wird immer schwieriger, da rauszukommen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Angebot annimmst eines Kunden, du machst also irgendwie einen Deal mit einem Kunden und dann funktioniert das am Ende nicht. Und du bist irgendwie in einer Haftung mit drin, so können wir uns ja irgendein Szenario überlegen, dann kannst du dir vorstellen, ist das natürlich keine gute Option. Das heißt, es ist auch manchmal sehr gut, Angebote auszuschlagen. Auch hier wieder ganz eingekoppelt mit deiner Intuition, mit deiner intuitiven Kompetenz. Wenn du dich nicht gut fühlst, nimm das Angebot nicht an. Und oftmals strahlen diese Angebote sehr viel mehr aus, als dass sie dann am Ende auch wert sind. Also überleg dir auch immer, wer ist der Überbringer dieses Angebots? Was ist das für eine Persönlichkeit? Interessiere dich generell auch für die Menschen? Triff doch für unsere Mitarbeiter zu. Also nicht nur auf die Skills schauen, sondern überlegen, okay, was ist das eigentlich für ein Mensch? Würde ich mit diesem Menschen abends ein Bier dringen gehen oder mich auf einen Kaffee treffen? Würde ich das machen? So, und genauso bei den verlockenden Angeboten. Wer ist der Überbringer dieser Angebote und sind das Menschen, mit denen du dich vielleicht sogar auch privat beschäftigen würdest? Auch hier ein Tipp. Wenn du so ein Angebot bekommst, nimm niemals das erste Angebot an. Lass dir Zeit. Und, also so mache ich das, fang an mit dieser Person, die dir das Angebot überbringt, Investor oder so. Lad diese Person zum Essen ein oder zum Kochen. Also irgendwas zusammen machen. Ich habe das gelernt von einem Unternehmer, der in Berlin, Berlin-Mitte, hoch über den Dächern mit Blick auf den Fernsehturm eine wunderschöne Penthouse-Wohnung hatte. Und diese Penthouse-Wohnung war sein Büro. Das waren irgendwie so 150 Quadratmeter, also riesig, umlaufender Balkon, total schön alles. Kein Büro. In der Küche stand so ein freistehender Küchenblock und auf diesem Küchenblock war ein Monitor. Und er hat sich seine Geschäftspartner alle eingeladen und die konnten dann halt, wenn sie wollten, an diesem Rechner, an diesem Monitor irgendwas präsentieren oder irgendwas zeigen oder sonst irgendwas. Aber es entstand eine private, sehr persönliche Atmosphäre. Und in dieser Atmosphäre lernst du dich kennen. Und das hat er genutzt, also dieses Momentum, dieses gemeinsame Beisammenseins hat er genutzt, um zu entscheiden, will ich mit diesem Menschen Geschäfte machen oder nicht. Fand ich super spannend. Habe ich auch gemacht. Und ist ein guter Tipp, einfach mal das Private und Berufliche zu koppeln. Also mal wirklich bewusst diesen Menschen dahinter kennenlernen zu wollen, um erst später zu entscheiden, ob das Angebot das Richtige ist für dich, für dein Unternehmen. Also das wäre einfach mal so eine kleine Strategie, um an die Persönlichkeit des Menschen ranzukommen. Ist heute ein bisschen schwierig wegen Corona und so weiter. Kannst du vielleicht digital kochen via Zoom. Aber wird ja wieder besser. Deswegen diesen Tipp ruhig mal beherzigen. Gerade wenn es um große Sachen geht, trifft dich mit den Menschen. Lern die Leute kennen. Also wenn du ein Investment machst, 50.000, 100.000 Euro oder wenn die Auftragssumme mit deinem Kunden um diese Größenordnung oder darüber hinaus gehen, dann würde ich schon mal sagen, hey, ins Auto schwingen und mal vorbeifahren. Einfach mal, um sich kennenzulernen. Das ist einfach wichtig. Okay, das war jetzt eins, zwei, drei. Wir kommen zum vierten Fehler, die Gründer oft zu spät erkennen. Und zwar ist das Thema falsche Investitionen und das ganze Thema Budgetierung, also die eigenen Investitionen, dieses Überschätzen. Oftmals geht wahnsinnig viel in die Produktentwicklung rein. Aber es bleibt dann kaum noch was übrig für die Vermarktung. Das heißt, wir sind am Anfang tatsächlich in so einem Tunnel und hustlen wie blöd, um das Produkt fertig zu kriegen. Wir sind total verliebt. Wir sind total begeistert, was da alles existiert und so weiter. Wir haben uns eine Budgetgrenze gesetzt und wir sind total stolz, dass wir sagen, hey, innerhalb des Budgets geblieben. Cool. Am Ende hast du ein Produkt, aber keine Power mehr, um die Vermarktung anzusteuern. Ich sehe zum Beispiel viele Startups, die kein Personal Branding machen, weil sie entweder das Thema nicht kennen, sich dem Thema nicht bewusst sind oder weil sie einfach keine Kohle haben. Und um ein Startup hochzukriegen, brauche ich Investitionsgelder. Das brauche ich einfach. Deswegen gibt es ja auch die Idee, sich an Investoren zu wenden oder Kooperationen einzugehen oder vielleicht in der Familie mal zu fragen, inwieweit deine Bereitschaft besteht, zu investieren. Aber in jedem Fall brauchst du, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Vermarktung deines Produktes, deiner Dienstleistung, deines Services, brauchst du Geld. Ohne das geht es einfach nicht. Und alles andere, ich sage mal so, es ginge natürlich bedingt oder in gewissen Schritten und Strategien auch mit wenig Geld oder mit gar keinem Geld, dauert halt nur ewig lang. Das muss man beachten. Du kannst natürlich hergehen und sagen, okay, ich baue mir jetzt eine Community auf über die nächsten fünf Jahre, in dem ich einen coolen Blog schreibe. Aber du merkst schon an meiner tiefen Atmung, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist und dass das auch keine Empfehlung ist. Du musst in der Geschwindigkeit möglichst schnell die Performance auf die Straße bringen. Du musst schnell in den Markt kommen. Wenn deine Idee so wahnsinnig brillant ist und sie wird dir von irgendjemandem abgenommen, weil du einfach in deinem Blog großzügig darüber erzählst, wie das alles funktioniert, in der Hoffnung, dass sich darum eine Community bildet, Blog kannst du ersetzen mit Podcast oder Videochannel oder was auch immer oder in den Socials, egal wie. Kurzum, du musst auf die Straße damit, also der Prototyp muss fliegen, so schnell es geht und du musst Erkenntnisse sammeln und deswegen budgetiere dir in deinen Investitionsmöglichkeiten oder in Abstimmung mit deinem Steuerberater oder Finanzmanager oder wen auch immer, deinem CFO oder deinem Befreundeten, im Idealfall Investor, dass du mit dem besprichst und sagst, okay, so und so viel reserviere ich für die Entwicklung und so und so viel reserviere ich für die Vermarktung. Diese Verbindlichkeit, die du damit aufstellst, die hilft dir, kreativ zu sein. Wenn dein Entwicklungsbudget nicht mehr hergibt, dann ist das einfach der Rahmen, in dem das stattfinden muss. Und wenn dort kein fertiges Produkt entstehen kann, dann ist es halt ein Prototyp. Was eh eine gute Idee wäre, mit einem Prototyp erstmal den Markt zu starten, also voll funktionsfähig. Und wenn du merkst, da ist die Nachfrage da, die Leute wollen das Ding kaufen und kaufen vielleicht sogar schon, dann kannst du das Ding ja dann wirklich nochmal von Grund auf oder dann entsprechend so weiterentwickeln, dass daraus auch ein echtes Produkt entsteht. Aber das ganze Thema falsche Investitionen und Budgetierung ist ein riesengroßes Thema. Ich habe ganz viele Startups gesehen, die gesagt haben, oh, ich habe es entwickelt und jetzt ist die Luft raus und das Ding landet in der Schublade. Viele coole Ideen. Müsste man vielleicht mal eine Plattform bauen, wo man diese Ideen einstellen kann, um sie vielleicht noch irgendwelchen Investoren. Crowdfunding-Plattform, fällt mir gerade ein, ist vielleicht genau sowas. Aber das finde ich einen super wichtigen Punkt. Also nicht die Vermarktung vergessen. Da gibt es noch viele andere Themen, die man auch nicht vergessen darf. Aber wenn ich ein Produkt habe und mir fehlt dann am Ende die Power, um es in den Markt zu bringen, dann habe ich natürlich ein Problem. So, das war der 1, 2, 3. Ich hätte Nummern da vorschreiben sollen. Vierte, glaube ich. Ja, sagen wir mal, das ist der vierte. Ein weiterer Fehler ist der fehlende Berufswechsel von der Fachkraft zum Unternehmer. Auch ganz, 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 ganz problematisch. War bei mir übrigens auch so. Ich habe lange, lange nicht verstanden, dass Fachkraft sein nicht Unternehmer sein ist. Das heißt, eine Fachkraft ist ja tatsächlich operativ ganz tief in dem Unternehmen involviert in sämtlichen Prozessen und Abteilungen. Ja, das sind dann die Unternehmer oder die Selbstständigen sind oftmals Fachkräfte, die dann Personal einstellen, die Unternehmensstrategie durchleuchten, das Corporate Design weiterentwickeln, die Website aktualisieren und so weiter. Also das sind alles Fachkraftaufgaben. Das ist natürlich nicht das Ziel von, ich sage mal, uns Gründern, sondern das Ziel von uns Gründern ist, von der Fachkraft zum Unternehmer, zur Unternehmerin zu werden. Und das ist ein Berufswechsel. Das verstehen auch viele nicht. Das ist komplett was anderes als eine Fachkraftaufgabe. Also Fachkraft operativ im Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerin am Unternehmen. Also Adlerperspektive. Jetzt kannst du dich mal selber fragen, kurze Reflexion. Bist du in einer Adlerperspektive? Da gibt es dieses schöne Bild von Stefan Mehrath, übrigens ein tolles Buch, der erfolgreiche Unternehmer unbedingt als Hörbuch anhören zum Beispiel. Der beschreibt, es geht so eine Gruppe durch den Wald und dann geht einer aus der Gruppe oben auf den Baum und das ist der Unternehmer, der oben auf dem Baum sitzt, um der Gruppe da unten, die sich mit der Machete durch den Dschungel schlägt, zu sagen, hey Leute, ihr geht in die falsche Richtung. Die Fachkraft, die ist ganz vorne von der Truppe mit der Machete und arbeitet sich durch den Wald. So, Fachkraft unten operativ, Unternehmer, Unternehmerin oben im Baum und sagt, hey Leute, falsche Richtung. Das heißt, ich habe gar keine Möglichkeit als Fachkraft zu erkennen, bin ich noch auf der Spur. Ich muss also diese Adlerperspektive einnehmen. Und der Unternehmer oder die Unternehmerin, sie stellen sich eine ganz zentrale Frage, für wen baue ich dieses Unternehmen? Ist es eine Exit-Strategie, baue ich das für einen Investor oder ist es vielleicht ein Erbe für meine Kinder? Und dann muss ich mir die Frage stellen, was würde jetzt mein Kind erwarten? Wie müsste ich das Unternehmen strategisch führen, aus dieser Adlerperspektive heraus, damit das von den Kindern auch gern und profitabel im Idealfall übernommen werden kann? Genauso bei dem Investor. Der Investor sagt, hey, ich habe Geld reingepackt, ich möchte eine entsprechende Rendite haben oder wenn es ein Buyout ist, wenn es irgendwie ein Exit ist, dann kauft das irgendjemand und dann muss das natürlich auch den entsprechenden Wert haben. Und für diese Person arbeitest du. Die Fachkraft arbeitet für das Unternehmen, der Unternehmer, die Unternehmerin arbeiten für die Kinder oder für irgendwelche Investoren. Also das ist total wichtig zu verstehen, dass das ein völlig anderes Aufgabengebiet ist. Also ein Unternehmer entwickelt zum Beispiel Geschäftsmodelle, geht strategische Kooperationen ein, sucht Multiplikatoren, mit denen man zusammenarbeiten kann, um nicht jeden Kunden einzeln akquirieren zu müssen. Sondern einfach zu sagen, wie kann ich diese Synergien im Markt nutzen und so weiter. Also das sind alles unternehmerische Aufgaben. Die Fachkraft hätte dafür überhaupt keine Zeit. Die ist nur am Hasseln die ganze Zeit, um operativ die Projekte abzuarbeiten. Alright, dann sechster Fehler zu langsamer Geschwindigkeit. Also ich bin ja ein Fan von Entschleunigung, wenn es der richtige Moment ist. Und zu langsam in der Geschwindigkeit heißt zu viel Zeit nehmen oder auch sich zu viel Zeit lassen oder sich auch mit falschen Dingen oder mit Dingen zu beschäftigen, die einen eigentlich nicht wirklich ans Ziel bringen. Also die Frage, bringt mich das, was ich jetzt gerade tue, meinem Ziel näher, ist eine ganz wichtige Frage. Und das fängt schon morgens an, wenn du deine ganzen Morning Routines hinter dir hast und dich an den Schreibtisch setzt oder wo auch immer hin, an deinen Rechner und dann deine To-Dos durchgehst, musst du dich fragen, diese To-Dos, von diesen To-Dos, welches wichtigste To-Do bringt mich meinem Ziel näher? Und die machst du als erstes. Ich gebe noch ein paar andere Strategien, aber das ist so mein Tipp. Du kriegst sofort ein super Gefühl, weil du ja deinem Ziel entgegenarbeitest. Alles anderes abarbeiten. E-Mails checken, abarbeiten. Socials checken, abarbeiten. Alles nicht wichtig, sondern welche dieser unzähligen Aufgaben, die wir alle haben, das ist die eine, die dich deinem Ziel einen Millimeter näher bringt. Also das würde ich unbedingt fragen. Und Geschwindigkeit hat noch ein anderes Thema. Wir Menschen, wir lieben Sicherheit. Das ist eine unserer Grundbedürfnisse. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich nicht gerne schnell, weil das total unsicher ist. Wenn du jetzt gerade Kopfhörer auf hast, hörst du den Podcast vielleicht gerade beim Stehen, Gehen, wie auch immer. Wenn du gerade sitzt, steh auf. Steh auf. Und geh mal ein paar Schritte. Normales Gehen. Ja, als würdest du zum Kühlschrank laufen. Du setzt quasi einen Schritt vor den anderen. Wie fühlt sich das an? Probier es mal aus. Lauf mal so zwei, drei Schritte und probier das mal aus. Das fühlt sich total sicher an. Du hast überhaupt keinen Stress. Du hebst einen Fuß an und setzt den halben Meter vor dir wieder ab. Dann kommt der nächste Fuß dran. Du hast immer Bodenhaftung. Ja, total sichere Angelegenheit. Ja, hast du früh genug in deinem Leben gelernt. Ständig gebrauchst du das. Ständig gebrauchst du das. Jeden Tag benutzt du deine Füße. Dein Gleichgewicht sind alles, alles funktioniert. Sicherheit. Das ist cool. So, und jetzt gehst du raus vor die Tür und fängst mal an zu rennen. So richtig schnell zu rennen. So schnell du kannst. Und du hast in diesem Rennen, in dieser schnellen Vorwärtsbewegung einfach diesen Moment des Fliegens. Kein Bein am Boden. Ja, da fehlt die Sicherheit. Und das mögen viele nicht. Ja, also vielleicht mögen sie auch nicht joggen per se oder so wie ich. Aber Menschen mögen nicht diesen Kontrollverlust. Ja, beim normalen Gehen habe ich ja volle Kontrolle. Ich habe ja immer ein Bein am Boden. Und beim Rennen fliege ich quasi und habe die Kontrolle verloren. Ja, die kriege ich wieder, sobald ich auffuße. Sobald die Füße wieder Bodenhaftung haben. Dann habe ich wieder Kontrolle. Und wenn ich das ein paar Mal mache, dann gewöhne ich mich dran. Dann ist das für mich gar kein Problem mehr. Das sieht man so bei kleinen Kindern, die so gerade mit dem Laufen lernen, so fast fertig sind. Die jetzt lernen und sagen, oh krass, ich kann ja sogar rennen. Und dann rennen die ein paar Schritte und sind so voll erschrocken und sagen, oh, oh. Ja, halten so inne und laufen wieder langsam. Weil sie gemerkt haben, oh krass, was passiert da unten? Die können ja auch ganz schnell. Was will ich damit sagen? Zu langsamen Geschwindigkeit kann dazu führen, dass deine Idee nicht rechtzeitig im Markt ankommt. Dass du dich mit Dingen beschäftigst, die dich entschleunigen, die dir quasi die Geschwindigkeit nehmen. Beispielsweise technologische Entwicklung. Du verlierst dich in irgendwelchen Details. Du bist noch überhaupt nicht im Markt. Du hast nicht die Erkenntnis, dass du mit einem Prototypen in den Markt gehen kannst, um damit erstmal Erfahrung zu sammeln. All diese Dinge, das sind alles Sachen, die dich langsam werden lassen. Gerade bei technologischen Projekten, da fällt uns ja unterwegs im Prozess der Entwicklung immer noch was ein. Hey, da können wir doch noch das so zubauen und so weiter. Und dann hast du am Ende nicht ein Küchenmesser erfunden, was die ursprüngliche Idee war, sondern ein Schweizer Taschenmesser mit 25.000 mehr Funktionen. Und du gehst damit in den Markt und niemand kapiert es, weil du dich einfach verloren hast im Produkt, aber auch im Projekt selbst. Und diese langsame Geschwindigkeit, das ist dann oftmals auch ein großes Problem von größeren Unternehmen, dass diese ganzen Abstimmungsprozesse im Unternehmen total langsam und träge sind. Und das wichtigste Momentum, das ist jetzt wieder was, was man sich unbedingt aufschreiben muss, das wichtigste Momentum in neuen Projekten ist die Anfangsdynamik. Wenn du was Neues aufsetzt, du sagst, mein Produkt ist fertig, mein erstes Projekt, was ich jetzt mit dem fertigen Produkt mache, ist der Launch. Und wenn ich das Produkt launche, dann ist das eine anfängliche Dynamik unfassbar wertvoll. Du machst Pressearbeit, du gehst in die Socials, du machst Podcasts, du nimmst irgendwelche Videos auf, irgendeine Filmproduktionsfirma macht dir einen Erklärfilm oder was auch immer. Tausend Sachen. Dein ganzes Team arbeitet drauf. Niemand arbeitet mehr am Produkt, weil es ja fertig ist. Alle arbeiten in der Vermarktung. Eine unglaubliche Dynamik entsteht. Und die musst du mitnehmen. Stell dir vor, du würdest diese Dynamik nicht mitnehmen. Du würdest sagen, jetzt mach mal erstmal alles fertig, dann gehen wir mal vier Wochen in den Urlaub und dann guck mal, was passiert. Da wird nichts passieren. Gar nichts wird da passieren. Und die Mitarbeiter, die verlieren natürlich dann auch irgendwann die Lust. Warum? Weil die Ergebnisse und die Zielsetzungen nicht da sind. Also es ist kein Ergebnis da. Und wir brauchen Erfolge. Wir wollen doch neue tolle Sachen erfinden, weil wir diese Erfolge haben wollen. Wir wollen doch sehen, dass es funktioniert. Wenn du eine App entwickelt hast und du hast tausend Downloads, da freust du dich ja wie ein Schnitzel. Das ist ja der Wahnsinn. Tausend Leute haben das runtergeladen. Zu langsam ist keine gute Idee. Es sei denn, du sagst, ich nehme mich jetzt aus dem System raus und gehe in die Langsamheit, in die Reflexion. Dann ist das langsam natürlich toll. So, zu langsam Geschwindigkeit. Und das Letzte, und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Der siebte Fehler, den Gründer oft zu spät erkennen, ist, Thema Kundennutzen aus dem Blick zu verlieren. Ich sehe ganz oft, gerade wenn wir so Pitchdecks bekommen oder wenn wir um Unterstützung gebeten werden, gerade so in der Anfangsphase, in der Gründungsphase, dass es nicht so 100% so präzise die Problemlösung ist, die benannt werden kann. Also welches konkrete Problem löst du? Das ist eine simple Frage und die Antwort darauf ist oftmals wahnsinnig kompliziert, weil ich versuche natürlich mit dem Gehirn, was schon seit Wochen und Monaten auf dieser Produktlösung arbeitet und so viel, wie soll ich sagen, so ein großes Wissensnetz aufgebaut hat zu diesem Thema, dass ich dir einen Vortrag darüber halten kann. Aber ich kann dir nicht in einem Satz sagen, was mein USP ist oder was der Nutzen meines Produktes ist, weil dafür ist auch wieder ein Perspektivwechsel notwendig. Und das ist immer schwierig, wenn ich schon betriebsblind bin, wenn ich schon länger in diesen Prozessen bin, dann ist es natürlich schwierig, da wieder rauszuschauen und zu sagen, ist das wirklich was Besonderes? Ist das, löse ich tatsächlich ein Problem? Braucht man mein Produkt? Und diese Frage wird meines Erachtens viel zu spät oftmals beantwortet, sondern ich muss eigentlich schon mit der Idee, die ich vielleicht habe, das konkret benennen und sofort aufschreiben. Sofort dokumentieren und schauen, entwickelt sich dieser Nutzen irgendwie weiter oder entwickle ich das Produkt nur noch für mich? Das ist interessant. Ich entwickle das Produkt nur noch für mich, weil ich sage, ich wünsche mir eine Funktion, aber ob die gebraucht wird oder nicht, habe ich nicht geprüft, sondern ich entwickle Funktionen. Ich brauche noch was dazu und noch was dazu und noch was dazu. Schwierig wird es nämlich, wenn ich aus der Branche komme, sage ich, ich mache mich jetzt selbstständig, ich entwickle ein Produkt für die Branche, in der ich schon, weiß ich nicht, Jahrzehnte gearbeitet habe, dann bin ich betriebsblind. Dann kann ich ohne Testing, kann ich eigentlich gar nicht anfangen oder weitermachen in der Entwicklung, weil mir die Klarheit darüber fehlt, ob diese Branche sich vielleicht weiterentwickelt hat oder ob der Bedarf sich verändert hat. Oder ob ich glaube, ich rede mir ja auch dann gewisse Dinge ein und sage, ich habe schon so oft und so lange in der Branche gearbeitet, mir machst du nichts mehr vor, Jahrzehnte bin ich schon dran und so weiter und so fort. Und dann kommen aber in dieser Branche neue Führungskräfte, neue Generationen rein und dann gibt das eine Eigendynamik und das komplette Umfeld, die komplette Zielgruppe der Branche verändert sich. Das sind jetzt einfach Szenarien, die ich mir ausdenke, aber stell dir vor, du entwickelst ein Produkt am Kundennutzen vorbei, das ist ein Desaster. Das ist der Super-GAU am Ende, wenn du in den Markt eintrittst und sagst, hey, jetzt gebe ich noch, Norm hat gesagt, ich brauche ein bisschen Budget für die Vermarktung, jetzt investiere ich das und es kommt nichts mehr rum. Deswegen iterativer Prozess, Produktentwicklung, so schnell wie möglich mit einem Prototypen raus und mit der Community entwickeln. Der erste Impuls kommt von dir, du bietest dem Markt eine Lösung an, einen hohen Nutzen und dann entwickelst du das aus der Perspektive des Kunden. Und dann kann nichts mehr falsch gehen. Ich muss aber dafür die Kunden fragen. Frag dich selbst, wie viele Kunden hast du gefragt, die mit deinem Produkt arbeiten wollen oder die dein Produkt kaufen wollen? Wie viele Kunden hast du wirklich gefragt, interviewt, auch mehrmals in einem Entwicklungsprozess, um wirklich zu verstehen, was die brauchen? Das ist ganz interessant. Auch später, wenn du dein Produkt drei Jahre, fünf Jahre später weiterentwickelst, auch dann hat sich ja die komplette Welt tausendfach gedreht. Nach drei Jahren kannst du eigentlich wieder von vorne anfangen nachzufragen und sagen, bin ich immer noch relevant für dich, lieber Kunde? Ist mein Produkt immer noch state of the art? Und unter Umständen musst du dich in drei Jahren neu und selbst erfinden. Und ja, mein Rat ist, schau dir diese sieben Fehler einfach nochmal in Ruhe an. Wir listen dir nochmal in den Shownotes wirklich auf, sodass du für dich innerlich einfach auch so einen Haken machen kannst und sagen kannst, okay, wie sieht es eigentlich aus mit meinem Bauchgefühl, mit meiner intuitiven Kompetenz? Vertraue ich mir selbst? Ja, habe ich die richtigen Leute eingestellt? Rede ich mit den richtigen Leuten? Bin ich einem verlockenden Angebot blind gefolgt oder liegt gerade eins auf meinem Tisch? Falsche Investitionen, Budgetierung. Bin ich so gut in meiner Budgetplanung oder brauche ich vielleicht jemanden, der mir dabei hilft, aber bin ich so gut, um vorauszusehen, was nach der Produktentwicklung tatsächlich noch gebraucht wird? Sonst Hilfe holen. Ja, das ist mein Bonus jetzt, weil mir gerade einfällt. Der achte Fehler, ja, die Leute oder die Gründer, Gründerinnen holen sich zu spät Hilfe oder verzichten gänzlich darauf. Hey, das ist total wichtig. Hol dir einen erfahrenen Unternehmer, eine erfahrene Unternehmerin und oder ruf Genius Alliance an. Wir sind da und versuche einfach dort mit den Leuten und wenn es ein Gespräch ist, wenn es ein Interview ist, mach einen Podcast, lad dir die Leute an, lerne von den Leuten, stell die Fragen oder lad dir deine Zielgruppe ein, lad dir deine Kunden im Podcast ein und frag sie nach ihrem Bedarf. Mal so als Tipp. Okay, genau, falscher Investition, Budget und so weiter hatten wir das, fehlende Berufswechsel hatten wir, Fachkraft zum Unternehmer, super wichtiges Thema, lest das Buch von Stefan Mehrath, wir verlinken das nochmal in der Podcast-Folge, zu langsame Geschwindigkeit, Dynamik, Agilität, alles total wichtig, um einfach zu reagieren und präsent zu sein und sich anpassbar auf die Marktsituation einzustellen. Und natürlich das Thema Kunden nutzen, weil sonst hat das alles keinen Sinn, was wir hier machen. Wir müssen unseren Kunden einbeziehen und aus der Perspektive unseres Kunden das Produkt weiterentführen und weiterentwickeln. Ich wünsche dir, dass du diese Fehler einer abgeschwächteren Version machst, dass du da nicht so tief durch das Teil der Tränen musst, aber das ein oder andere vielleicht schon auch selber entwickelt, selber machst. Es gibt ja diesen schönen Satz, Erfahrung kann man niemandem schenken, das muss jeder selber machen. Ja, aber mit dieser Vorschau vielleicht hilft es dir, mit diesen Impulsen hilft es dir vielleicht eher zu erkennen und zu intervenieren und zu sagen, hey, das muss ich anders machen. Der Norm hat den Podcast gemacht, ich muss das anders machen. So, an dieser Stelle wünsche ich dir viel Erfolg für dein Gründungsvorhaben oder dein Startup und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Danke fürs Zuhören und wenn ihr Zeit habt und noch eine Bewertung bei Apple Podcasts da lassen könnt, würde ich mich sehr freuen. Danke euch, bis bald, ciao. Danke euch, bis bald, ciao.